Das Grafen Steiner Lied, es wurde von Herrn Hansi Attatsch komponiert, von seiner Tochter von Maria geschrieben. Das werden wir heute noch singen. Er ist leider heute krank geworden, er wäre gern kommen. Lieber Hansi, aber ich glaube, du nimmst das auf. Lieber Hansi, recht herzlichen Dank für deine Lieder. Wir werden das Beste geben. Danke. Und auch bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich mich recht herzlich bedanken für Ihr Kommen. Wir sind erstaunt gewesen, wenn wir nicht so zu kurz auf dem Sitzloch stellen. Wo sind wir uns das alles vor? Ich danke euch recht herzlich, dass Sie wieder zu uns gekommen sind. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Kommen Sie gut nach Hause oder kommen Sie noch in die Aula. Wir haben noch genug Getränke. Bleiben Sie noch auf die Seite. Und ansonsten einen schönen Abend und Sie hören uns das Lied Grafenstein. Vielen Dank. Kommen Sie noch auf die Seite. 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 Kommen Sie noch auf die Seite.